Mit der letzten Chance der Woche, nämlich kurz vor dem Wochenende, so muss man sagen, hat der DAX doch noch den Dreh geschafft und es ist nicht nur kurz vor dem Wochenende, es ist auch kurz vor dem wirklichen Ausbrechen dann unter diese letzte Unterstützung. Also die letzte Chance aktuell genutzt, der deutsche Aktienmarkt, nachdem er interessanterweise völlig anders unterwegs war als der amerikanische Markt, also doch noch sich eines Besseren besonnen und gesagt, na gut, dann gehen wir halt mit, mit dem, was wir sonst so irgendwo sehen. Also der deutsche Markt aktuell nach oben, wenn wir mal auf den DAX Future gucken, einfach um das Bild nochmal auch für die Intraday-Freunde ein bisschen näher zu bringen, aktuell starke Bewegungen hier nach oben, also zumindest mal gegenwärtig, nicht das Abwärtsbild, das Vorrangige, sondern zumindest da erstmal ein bisschen eine Chance, dass diese Unterstützung, die wir jetzt hier haben, dass die hält. Ich zeige es Ihnen nochmal im Index und ich gebe mal eine Nummer größer, dass Sie das sehen können, diese Zone, das ist nicht immer so bombenscharf, viele denken immer, ja, das ist so eine exakte Mark und da muss der Markt drehen. Nichts muss der Markt, das ist nur ein Angebot für die Marktteilnehmer, hier mal genauer nachzudenken, ob man wirklich noch weiter shorten will oder ob man nicht sagt, na gut, dann warten wir jetzt erstmal oder machen zumindest mal eine Zwischenkaufposition für wie lange die dann auch immer reicht. Also in etwa das heutige Tief, was wir hatten, ich sage mal ganz grob bei 900, also 12.900 natürlich, das ist noch in diesem Einflussbereich, wo ich sage, das geht noch viel tiefer, sollte es aber dann nicht sein. Also nicht, dass das nicht geht, um Himmels Willen, aber wenn es wirklich viel tiefer noch geht, dann ist das zumindest mal ein Zeichen, dass die Marktteilnehmer aufgegeben haben, im Moment Unterstützung auch nur näherungsweise wahrzunehmen oder wahrnehmen zu wollen für Wiederkäufe oder Drehrichtungen. Also wenn man schon nach oben will, dann now or never. Vielleicht sind das auch ein bisschen Gewinnmitnahmen vom Wochenende, wir sehen die Woche insgesamt ja eher negativ. Wenn wir das hier mal so die letzten Tage zurückrechnen, dann ist das vielleicht auch da die Motivation ein bisschen, dass man sagt, naja gut, gleichen wir das mal aus, wollen wir das Risiko nicht übers Wochenende tragen, zumal ja auch die amerikanischen Börsen ordentlich nach oben gehen. Und das seht ihr, das tun sie und das ist gar nicht so unwichtig, das mal genauer anzugucken. Ihr habt es gesehen, ich habe hier sogar noch eine Linie eben dran gehabt. Ich suche ja immer eigentlich nach so Szenarien, die irgendwie so dreiwellig-wackelig sind. Da oben kam das nicht, ihr seht das, da an der Stelle, wo ich das angedeutet habe, aber ihr seht, ein bisschen später kam das, dass hier ein starker Aufwärtsschub ist und eine A, B, C. Das ist jetzt Vergangenheit, ich kriege das immer wieder zu hören, ja, was zeigst du uns, das alte im Nachhinein ist immer einfach. Das zeige ich euch ja nicht, um zu sagen, guck mal hier an der Stelle, ich bin hier reich geworden gerade, das ist ja Blödsinn. Es geht mir darum, dass ihr das wahrnehmt, dass ihr, ach, das meinst du, ja, so sieht das in der freien Wildbahn auch sowas. Dreiwellig ist eher etwas, was für die Fortsetzung eben spricht. Je häufiger ihr eure Augen mit diesen Szenarien konfrontiert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das dann auch seht. Es wird nicht immer passieren. Das liegt auch schon daran, dass es zwar manchmal korrektive Rückwärtsbewegungen gibt oder vielleicht sogar von diesem Hoch dreiwellig runter, allerdings die vorausgehende Bewegung nicht so doll war. Also das macht es dann schwierig, da vielleicht einen Einstieg zu wagen, wäre für mich jetzt nicht das Richtige gewesen, weil mir das einfach hier zu schwach ist. Sowas finde ich da deutlich besser im Verhältnis zu so einer Geschichte. Dann ist das relativ viel leichter und deutlicher zu sehen, dass dann offensichtlich die Long-Seite noch die bessere ist. So, aber das sind ja alles Kamellen. Jetzt sag nochmal, heute Nachmittag, was ist denn deine Erwartungshaltung? Wenn ich das jetzt angucke und den Teil bisher mit dem vorhergehenden, also mit dem gesamten Aufwärtstrend oder mit diesem letzten Teilstück hier angucke, übrigens, wenn ihr das nicht richtig einordnen könnt, ein bisschen gesprungen seid, das ist der Dow Jones Future. Theoretisch könnt ihr den Index angucken, aber der wackelt ja nur zu den normalen Börsenhandelszeiten. Das ist also das Ding, was rund um die Uhr läuft und deshalb finde ich das ganz interessant zu gucken. Ihr seht also, die Aufwärtsrichtung ist stark. Bisher ist die Abwärtsbewegung schwach. Wenn sie, denkt da ebenfalls an dreiwellige, Entschuldigung, oder eben wackelige Abwärtsbewegungen. Wenn das so aussieht, dann habt ihr wieder ein relativ klares Indiz. Was war nochmal die starke Seite? Ach ja, Aufwärts war relativ stark und dann ist Abwärts schwach und dann ist nochmal die Long-Seite interessant. Und was ist, wenn der Markt jetzt sagt, ihr könnt mich alle mal, ich tauche jetzt nach unten weg. Dann haben wir ja auch nicht die Möglichkeit, uns hier Long zu triggern. Nochmal ganz kurz A, B, C, dieses Zwischenhoch. Das ist immer dann der Trigger sozusagen für eine solche Long-Idee. Sprich, macht der nachher sowas. Wäre das ein Trigger für die fortgesetzte Long-Idee, die wir da drin haben. Und wenn der Markt jetzt tatsächlich so den Bogen nach unten eben ausdehnt, dann haben wir auch keine Möglichkeit, hier auf der falschen Seite mit dabei zu sein. Im Gegenteil, haben wir dann vielleicht die Hoffnung sogar, dass es wieder wackelig nach oben geht. Wo hatten wir das hier vorne? War das mal irgendwo? Ich weiß gar nicht mehr. Ja gut, hier so ein bisschen hier. Das ist ja ganz schön stark schon gewesen. Aber nur, dass ihr das von dem Verhaltensmuster so ein bisschen seht. Ihr seht den Nachteil dieser Gedanken. Der Nachteil ist nämlich, dass nicht immer jede Bewegung super vorhersehbar ist, weil das Muster so schön ist. Es ist häufig so, dass es überhaupt nicht schön ist. Wir als Händler agieren umgekehrt. Wenn es schön ist, machen wir einen Trade draus. Wenn ich es nicht erkennen kann, dann gucke ich zu und sage dann, ach guck mal, konnte aber trotzdem. Und dann hat man halt da den einen oder anderen Trade verpasst. Der Vorteil ist, wir sind ja nicht auf diesen Markt angewiesen. Manchmal ist es so, dass der S&P 500 beispielsweise das viel schöner darstellt. Ihr seht, dass es in den groben Zügen quasi das Gleiche ist. Also ihr seht auch hier wieder diesen starken Anstieg, den wir hier haben. Dieses A, B, C Muster, was wir da haben, beispielsweise als ein mögliches Indiz. Aktuell seht ihr für die kürzerfristigen unter euch. Ich weiß es, für die Langfristhändler ist das völlig unrelevant, was er denn jetzt hier macht. Aber wären das erstmal Indizien, die erst nochmal nach oben, für weiter nach oben sprechen. Noch schöner finde ich es allerdings, wenn er es eine Stufe deutlicher macht, so wie wir das hier teilweise eben auch hatten, an verschiedenen Stellen. Dass man besser unterscheiden kann, was ist die starke und was ist die schwache Richtung. Also, noch sehe ich hier jetzt kein echtes Ende für die Aufwärtsseite. Jetzt weiß ich, dass einige von euch natürlich sagen, ja, du mit dem Kurzfristbild. Mich interessiert das langfristig eigentlich viel mehr, ob der Kurs dreht. Dazu werde ich natürlich am Wochenende ein umfangreicheres Video machen. Aber, ich sage es mal so, ich mache mal das hier auf Tagesebene, dieses Geschmiere weg. Nehmen wir mal an, das etabliert sich jetzt, also er macht jetzt wirklich weitere Einstiege. Je länger diese Strecke wird, desto maßgeblicher sind das auch größere Ziele. Das ist aber jetzt eine einfache Aussage. Ja, das ist es schon, bietet uns trotzdem aber einen Einstieg. Denn irgendwann wird dieses hier immer, egal ob das nur bis dahin geht und danach hier diesen Rücksetzer eben bringt, oder ob es erst noch weiterklettert und dann diesen Rücksetzer bringt, dieser Rücksetzer wird kommen. Das ist normal. Wir sehen, dass wir im langfristigen, im kürzerfristigen, in dem Fall war es mehr auf der Abwärtsseite, aber regelmäßig Gegenbewegungen haben. Und wenn diese Gegenbewegungen eben korrektiv sind, das heißt, entweder so dreiwellig oder von mir aus auch irgendwie mehrfach wackelnd, dann sind die Chancen dafür ganz gut, dass es weiter nach oben geht. Aktuell ist es im amerikanischen Markt nicht die Zeit, einen Shorty zu suchen. Also suchen geht immer, aber jetzt aktiv direkt Short zu gehen, nach der Methode, jetzt, in diesem Moment gehe ich Short, weil ich habe eine Eingebung. Das repräsentiert dieser Chart aktuell nicht wirklich in keiner dieser Zeitebene. Weder im 5-Minuten-Chart, noch sehen wir das hier im 4-Stunden-Chart. Ihr seht, das ist immer noch eine Aufwärtsbewegung, die wir da haben. noch auf Tagesebene. Also gibt es da eigentlich jetzt noch keinen Grund. Vielleicht noch einen Hinweis zu den Größenordnungen, das können wir uns ja beim Nasdaq nochmal angucken. NQ ist der Nasdaq Future. Da sieht die Bewegung ebenfalls natürlich ähnlicher aus, im Detail ein klein bisschen anders. Und jetzt kommen ein paar interessante Punkte, denn anders als, gehen wir mal hier auch auf den 5-Minuten-Chart, damit wir Fairness halber das gleiche Bild, erinnert ihr euch das, was wir gesehen haben beim Dow und beim S&P? Das sah eher so aus, hier irgendwie so. Und er fängt an, eine gewisse Geschwindigkeit schon wieder nach unten auszubauen. Das heißt, man hat fast den Eindruck, wenn er jetzt sowas bringt und jetzt dann anschließend in der Korrekturphase nach oben geht, dann reden wir nicht mehr über Longs. Zumindest mal nicht beim Nasdaq. Und wenn der Nasdaq nicht hochgeht, dann wird wahrscheinlich auch der S&P nicht wahnsinnig hochgehen und wahrscheinlich ebenfalls dann zumindest mal keinen Aufwärtsdruck mehr beim Dow Jones dann eben erzeugen. Ihr seht, der Spaßverderber aktuell, für die Long-Seite zumindest mal, könnte die Nasdaq sein. Der Nasdaq Future, ihr seht das, aktuell relativ stark nach unten. Ich mache nochmal den Vergleich hier. Das war der Dow Jones. Und dann seht ihr, machen wir den auch im 5-Minuten-Chart, machen wir den groß, dann könnt ihr es besser vergleichen. Das ist der Dow Jones 5-Minuten-Chart, das ist der Nasdaq 5-Minuten-Chart. Daran seht ihr, die Märkte sind da noch ein wenig zerrissener. Wenn der Nasdaq-Verlauf jetzt so aussieht in Kürze, ist ja denkbar. Und das ist etwas, die Chart-Technik verrät uns ja nicht, ob das jetzt passiert als nächstes. Das weiß ich nicht, ob das passiert. Aber wenn das ist, dann weiß ich, dass die Marktteilnehmer nach oben mehr Druck entwickeln als nach unten, sobald wir diese Marke nach oben durchstoßen und die Aufwärtsrichtung bleibt super spannend. Wenn die Nasdaq noch ein bisschen weiter runter geht und dann höchstens wackelig nach oben geht, ist das Bild ja überhaupt nicht verwechslungsfähig. Und wären die besten Voraussetzungen, dass diese Gegenbewegung, sobald sie sich nach unten auflöst, das nochmal nach unten macht. Wir haben also zwei Szenarien. Und das Enttäuschende ist, ich kann euch jetzt nicht sagen, welches ich trade. Ich kann euch aber jetzt sagen, passiert das, bin ich auf der Short-Suche. Passiert irgendwie von mir aus irgendwie sowas oder A, B, C nach unten, also kann ja auch so A, B, C nach unten sein. Dann bin ich definitiv auf der Long-Seite interessiert. Und das kann man im Zweifelsfall sogar auf kleineren Ebenen, denn ihr werdet sehen, dass ihr das im Kleinen auch immer wieder seht. Nicht immer, hier vorne hatten wir das ganz deutlich, hier war es ein bisschen verschwurbelter, weil das hier auch relativ korrektiv aussieht. Aber so hat man zumindest mal eine Orientierung, in die man vorläufig da gehen kann. Also nach wie vor, um mit dem größeren Bild abzuschließen, die Chance, dass die Unterstützung jetzt vorm Wochenende noch nicht mehr getestet wird, das heißt, dass wir nochmal weiter nach oben gehen, ist ja gar nicht so schlecht. Selbst ein Rücksetzer im Nasdaq, den wir jetzt hier mal angedeutet haben, ihr seht, so ein Rücksetzer dieser Größenordnung beispielsweise, ist ja noch nicht gleich ein Totschlagsargument, dass der Kurs nochmal auf jeden Fall hier runter gehen muss, also gegen die Bullen, also eine Garantie, dass es dann nach unten gehen muss. Aber in dieser Aufwärtsbewegung mal eine Abwärtskorrektur, vielleicht auch als Pendant zu dieser Bewegung, das täte dem Markt ja sowieso gar nicht so übel. Das heißt, wir sollten uns merken, eine Überschneidung mit 11.746 in etwa, das ist das Hoch von, wann ist es? 22. Juni, Nachmittag 16.30 Uhr. Solange wir oberhalb dieser Marke bleiben, würde ich sagen, ist es nach wie vor erstmal der Bullenmarkt, der hier existent ist, auch wenn wir vielleicht Intraday zwischendurch nochmal einen Rücksetzer da bekommen. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch, falls wir uns vorher nicht mehr in den Märkten oder an anderer Stelle sehen. Ansonsten euch alles Gute, bis nächste Woche.